Ich bin der Sport, ich bin der Musiker. Aber die Art ist für mich sehr speziell, wenn ich die Fähigkeiten verstanden habe. Dort sind es mir eine Art-Kontemporane. Das ist eine große Freiheit, zu definieren, was sie ist und was sie wollen. Aber die Art Konzeptuale und Art Konzeptuale, die Menschen, die ich habe, haben sie noch ein paar Projekte von Art Konzeptualen. Wir gehen in ein Museum, sehen die Arbeit, und sagen, dass sie nicht klar sind, dass sie die Art sind. Wir sehen uns, dass die Menschen die Welt auf die eigene Kunst zu fragen. Wir fragen uns, ob es eine Kunst oder eine gute Kunst ist, oder welche Elemente in uns sind. Das ist eine Konzeptuale Arbeit. Der Titel von dieser Arbeit ist im Jahr 306. Ich habe auch im Jahr 306. «Münche die sechs Objekte. Objekte der Münche die.» In diesem Moment, als ich wieder studiert habe, habe ich eine Konzeption von dieser Arbeit. Ich habe eine Exposition, ich habe keinen Kodis, ich habe das in den sozialen Medien, ich habe vielleicht NFTs, ich habe ein Projekt digitales, mit solchen Dessens, die ich habe mir lebt. Das ist, was ich wiederpondere, aber ich habe auch, was ich machen kann. Ich habe eine Idee, was ich mit diesem Projekt machen kann. Ich habe mich mit dem Plan. Ich habe das 7-Einricht-Dependent, wenn ich den Markt habe, der 2-Richt, der DART, und ich habe das 7-Einricht-DART-DART-DART-DART-DART-DART-DART-DART-DART-DART-DART-DART-DART-DART. Was ist das Produkt? Was ist die Rolle? Wenn Sie sich die Rolle sagen, wir haben die neue Vässe im Wasser, wir haben die Leuch, für die Weltkonomische Forum. Sie haben gefragt, der Präsident der Viesnäu, von Tavaus, ob Sie sich die Rolle zeigen, die Leuch hat. Er war natürlich encantat, natürlich. Ich bin ja auch ein Wirt, ich habe die Art und ich muss es arbeiten, und ich muss es in der Arbeit, es muss es interpretieren und es muss es sein. Das ist mein Name, Artist Mark B.Bundi. Das ist eine andere Mark B.Bundi. Ich bin ein Kaffeeartist, der lebt den Grigion. Ich fand es, dass ich in der ersten Zeit bin, mein Name ist Mark B.Bundi. Ich bin ein Kaffeeartist, der in der ersten Zeit ist. Ich musste während der Gymnasium sein. Ich hatte das Leben. Ich hatte ein großes Interesse, zu kreieren. Ich hatte die Kunst, zu kreativ sein. Ich habe immer produziert und zu kreieren. Ich wollte in einer Serie von Fotografien weil ich auch den Super-Mann mit jemandem kennengelernt habe. Der Super-Mann war zum Beispiel im Park, mit seinen Augen, Nikolai, Achino, Elena Tira, ich bin in Beun, ich bin in der Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, der Super-Mann, in einer anderen Situation. Ich habe das Titel gehört. Ich habe das Gefühl, dass es eine Welsh Geschichte hat. Ich habe das Gefühl, dass ich damit begleifft. Ich habe das Gefühl, in dem ich mich zu tun, dass es einen Super-Mann ist. wo ich mir das Gefühl hatte. dass die Ausbildung anstehend ist, dass sich die Ausbildung anstehend haben, das Wort anstehende An Nebenpraktieren, die Titel hat sich um. Es wurde ein sehr guter Titel sein. Wir haben erwähnt diese Titel. vor allem die Titel war. Und jetzt muss ich es sehen. Hier sind wir in der Kulart, wo ich mit der Piramide mache, mit den Puppi der Toilette, mit den Puppi der Toilette, mit den Puppi der Toilette. Hier sehen wir die Arbeit, die Instanzierung, mit den Puppi der Toilette, mit den Puppi der Mainz. Hier haben wir die Idee, zu dokumentieren. Hier haben wir die Idee, zu dokumentieren, zu machen, Hier haben wir die Dinge gemacht, die ich gemacht habe. Hier haben wir in YouTube, und in allen anderen Kanälen, und in allen anderen Kanälen, mit den sozialen Medien.